ARD Text im Auftrag von Funk 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 was passiert okay Alter, wie viel hat er denn kassiert? Ja, da hättest du nur mehr in Deckung gehen müssen. Ach so! Ja, wenn du nichts mehr sehen kannst, dann geh in Deckung, Mario. Und zweitens... Ja, ich hab den ja gesehen. Ich hab den gesehen als auch ein Bonus, aber es war halt alles am Taumel noch. Ja, dann vielleicht besser in Deckung gehen. Aber das zweite Ding, ähm... Wenn du nach links gehst und auf so ne Tür guckst, dann lehn dich nicht nach rechts. Ja, das ist ja... Just say. Just giving Tipps. Das hab ich schon ein paar mal bei dir gesehen. Also du zeigst ihm deine schönen Beine, ja klar, die sind schön. Natürlich willst du die präsentieren, aber... Ich trägst sogar extra Schorts, deswegen. Aber manche Typen stehen da von nicht drauf, weißt du? Die stehen lieber drauf, dir... ...ich abzuknallen. ...weil du echt zum Schießen bist! Haaa! Gute! Oh halt echt, Mist, ne? Alter! Äh... Umholt! Nein! Das war... Schon etwas... Das waren 3 Schutte diesmal... ...über zwei! Immer noch unzufrieden. Ich bin immer noch unzufrieden. Ey, ihr habt mich abgelenkt, Alter. Du mit deiner Story da. Storytime! Echt? In welcher Serie war das nochmal? Hä? Das war von mir selbst ausgedacht. Nein. Ach ja, Adventuretime, ne? Hä? Ich hab gesagt Storytime. Ja, aber Adventuretime ist ja im Prinzip das gleiche. Außerdem gibt's ja den großen blauen Berg. Guck kein Adventuretime. Warum nicht? Echt so? Ich auch nicht. Habt ihr Stargate geguckt? Nein. Also hab ich in jeder Diskussion schon gewonnen? Nein. Hab Star Trek geschaut. Wenn ihr mehrheit gern Star Trek gesehen habt, dann ist es scheißegal. Okay, Star Trek ist schon okay, aber Stargate ist... Ja, haben wir an Stargate gewonnen. Du meinst das Star Wars, oder? Oder was ist das? Ja, ist alles das gleiche. Hier sind noch Leute. Oh Mann, wer hat da mit... Alex? Die wurden eh abgeschossen. Du hast markiert, weil du... Sie wurden abgeschossen, weil du markiert hast, du scheiß Arsch. Nein, die hat schon... Die hat schon draufgezogen. Chris, was geht ab? 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 Ah, Scheiße. Komm her, komm her, komm her! Mach doch! Provozier mich nicht. Traust dich je nicht. Ist das jetzt dein Ernst? Ah, ich hab mich getraut! Das war... So war das nicht abgemacht. Ich... Ach so. Ich hab mich... Ach so. Ich hab mich nicht weitergezogen, aber... ... ... ... ... Wer ist der Weg zu mir? Oh Chris, kannst du ihn verteidigen? Ich will seine Kamera haben. Da ist noch einer, ne? Ja, ich versuch's jetzt einfach. Hier, direkt hier. Geschafft. Hey, jetzt sind doch blöde die Füße. Ja. Ich schau mal kurz in die Camps. Nichts von Interesse. Können wir zerstören, die Dinger, ne? Sind alle unnütz. Ich glaub, der ist runtergetroppt. Ne, 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 der ist noch da, ist noch da, ist noch da, ist im Zwischenraum, sorry. Ich hab, ich hab vermisst, misst, misst gehört. Was willst du, Schlampe, was willst du eigentlich? Warum ist eigentlich jemand reingegangen, so gefühlt? Du warst der einzige, der mit dem die Füße drin warst. Junge, ich war drin die ganze Zeit. Ja, aber ich mein, abgesehen von dir, Chris. Weil... Du warst der einzige, der hätte reingehen müssen. Ich bin doch Montagne, was? Man muss nur ein Montagne reinschicken und dann... Nein, wechseln. Aber fast, 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 wir sind untergeflogen. Okay, Chris, springen freiwillig, hab ich gehört. Verdammt guter, wirklich. Angriff! Was denkst du denn? Nein. Sicher mach ich oben. Über hier. Ich bin bei dir. So, ganz easy. Ich kann nicht mehr gehen. Ich kann nicht mehr gehen. Was? Ach so. War gut. Auch noch ein Deepkill. Überlebe die Runde ohne IG. Challenge accepted. Alter, das ist doch nice. Nicht mehr drin. Sie kommt wieder. Sie piekt. Nicht markieren. Hast du gesehen, Mario, oder nicht? In dem Moment wo ich draußen wurde, ja. Das war aber nicht, oder? Das war sie. Michi behalten Coils geben, auch bei der Falle. Du weißt, wo meine Falle ist. Neben dem Dropper, ne? Der ist offen, der Dropper. Ja, aber da ungefähr. Ich hoffe, sie ist auch da eine Falle. Ich kann die Cam halten. Coils? Ja, ich war gerade in Geisha drin. Ja, ich dachte, ihr seid zu zweit, deswegen... Äh, ich hab gerade gesagt, dass ich hier in Geisha halten würde, dass ich mich hier wechseln kann. Ich bin schon ein B-Fenster. Sieht nach B-Fenster aus. Aktuell noch. Ja. Kann aber umlaufen jetzt. Hört sich nach NB drin an. Mhm. Jetzt eher drin, oder? Oder raus? Drin. Was machen die beiden denn da? Michi. Was hat der bei dir gemacht? Ähm. Ja. 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 Fuck. Michi, es muss weg. Ich muss weg. Ja, ich bin jetzt offen. Jungs, ich... Beide Fenster bei mir offen. Das ist eng. Einer oder zwei, Chris. Noch einer. Ab der Führer. Der Führer ist hier. Unpick. Chris, aber du, du enttäuscht mich ja nicht, ne? Ich muss alles auch rüberziehen. Das dauert schon lange. Oh Gott, Gott, hier ist der Kontakt. Oh, Winter drin. Warte, ich Drohne. Du brauchst doch nur Windows 10 zu installieren. Du brauchst doch nichts rüberziehen. Sehr schön. Sehr schön. Mit der Soos? Das klappt vielleicht nicht ganz so mit dem Gratei. Ich bin nicht ganz sicher. Bis gleich. Ich bespille. Ja, die wichtigsten Sachen kopieren, zur Datensicherung. Und das war's. Oha. Sicher, dass ihr über Blue lang gehen wollt? Weiß gar nicht, warum ich grad hinterher gegangen bin, als wir waren. Da ist ne Rotation in Blue, nach links. Ich geh hoch. Ich geh mit Ash zusammen. Ich muss Dropper erst noch mal. Vega 1, 70, abhellen. Vega 1, 60, abhellen. Vega 1, 60, abhellen. Vega 1, 60, abhellen. Alle drei Dropper gehen auf. Und wieder die Abhellen. Und wieder virlst den Ball. Jahas direkt in der Bord. Wow! Wow! Du hast den bürger, zu scaven. Hier ist ein Blue Wer ist? TAP Komm zu dir, komm zu dir, komm zu dir Boost, Boost Komm zu nix Pult, was? Blue, 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 blue Weiß, da sind aber mehrere Leute Hast zwei Gegner insgesamt Ja, ich weiß Du kriegst neinen Armour Pult Pult Nice, gut job Das war aber nicht einfacher Bait Ich hab dir mal wieder was geklaut Der Pinker ist so Der Pinker ist so geil Thanks Ist das eine Pistole? Ja, die geht zum Kopf mit. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, Lars. Du Hurensohn. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zau. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Dimm, 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 dimm. Ähm. Dimm, dimm. Das ist das. Das ist das. Oh mein Gott.